ja Prozent er war meistens die einzuschuss machen ne lieber die Spots das ist nichts für die auch klar auf der Krippspartner jetzt einfach mal über die Hälfte das ist jetzt mal so was von scheißiger Prozent schnell und ziehen und Prozent extra 1 Hartleiter extra 2 fliege in der Ex-Trat 3 er hat ein Prima-Galant-Sindex und Klamotten Kampfer öffentlich spielt besuchen Steckers ich suche jetzt einfach mal die ganze Zeit irgendwelche anderen Modi Sprengung abschließt bestätigt 5 ich gehe einfach ins CDM Prozent kugelte Zeit Prozent wir nehmen jetzt 46 Minuten um ich will mal ausprobieren wenn mal wenn die meisten Leute Zufall haben ob dann ist das jetzt mal Melton wurde einmal ausgewählt stammt DOF die ganze Zeit mal Null mal und 15 Leute wählen Zufall aus was wird dann mehr gewählt dass das weniger oben gewählt wurde oder das was Prozent mehr gewählt wurde ist das wirklich ein Zufall weil irgendwas muss es da geben keine Ahnung auch komplett andere Maps so schön ok ich hätte bisher immer nur ähm Sprichworte nur eine Map die von den beiden machen ok dann hat sich das auch geklärt anybody here? hello hey hey es geht oh nein ein deutscher eine deutsche schieb ach so ja ok sorry hat kein Dolby Dolby digital im Netz z und warum steht er an Pac-Man nicht Pac-Woman ha 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 hm okay anscheinend sind meine Witze wie bekanntlich extrem flache mag einer YouTube? nope warum denn nicht? GEMA sterben hm gucken also GEMA sterben die GEMA ja die kann sterben die Scheiße hm ähm äh einfach die Leute im Wörter im Mund rumdrehen bis sie sich aufregen und gar nichts mehr sagen oder nur denken was ist das für ein Idiot den werde ich am liebsten umbringen äh äh wissen sie aber nicht bei dem nein äh klasse die 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 will jetzt was probieren oh jahs verstanden ach ja die erste Map die ich ein Blick aufs Zweck gezockt hab das war Hedy und ich bin wir haben die Kontrolle über das wir haben die Kontrolle über das wir haben die Kontrolle über das Feind ausgescheitert tschüss Backman Moment Bäh Bäh so ich bin gestorben happy das anscheinend jemand bei uns unten und tatsächlich die Nase geputzt die ab die mit die 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 Lachen ich will drei Schuss wenn du alle trüsten so tot wir verlieren diesen Kampf wie die abgeht alter äh äh naja haben wir hier noch einen Chiller oder so und ein zwei drei und ein zweiter im Team LALALA LALALA keiner wenn jetzt einer kommt die Straster aus keiner keiner Prozent 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 Fekte Wichser nachher diese immer Menschen teilweise wirklich extrem leise immer noch am leisesten auch wenn ich mit Freunden rede ich bin schon am leisesten verbündete Hunter Killer Drohne eingesetzt klar die Tränen geworfen die 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 Schnell, oder was? Immer verbündete Vorräte unterwegs. Du glaubst es. Ja, ich bin immer mit mir zu schienen, oder was? Immer verbündete Vorräte unterwegs. Ja, mach noch mal. Wodka, 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 wodka. Und ja, ich erzähle immer seine Scheiße. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Immer die Nahten für Blindschlag entfangen. Das war jetzt hier. Noch weil damit wird Schünen, will... Da haben wir keine... Da... Da, da... ...dieıp... Ach, das ist wirklich nie. Ist ja jetzt gar nicht, oder? so ein Teil errichtet ist ich konnte nicht lauernd zum Spielen die Teilzeit betrothen ich meine Stimme er hat auf feindliche Drohne er hat sich um und probiere es ein bisschen um das sie zu gestalten was wir so lustig und lustig ist es wiederum lustig ist total bescheuert und ihr müsst lachen hoffentlich ich schreibe jetzt für Geld zu bekommen wir reden jetzt hier um die Ecke können nicht mehr sie die T-Mate sie hier wir haben gekillt leben zu mir gesehen kein werden sich nicht gekillt und leben hier hoch Schwanz im Mund warum sag ich mal Schwanz im Mund wie sagt er bei Sprecherwurze Vorsitzende Wurzeln Schwanz im Mund gerne und muss mir nochmal wie du ihn reinziehen die Drohra die Drohne erwartet Befehle richtig geil ich bin schön keine ok sch hat sie reiher reihe hier hat sie reiher reihe hat sie reiher reihe zum Einsatz Hellstorm Rakete in Bereitheit Hellstorm Rakete in Bereitheit Hellstorm auch geil der den kann dann doch was irgendwie scheiße sein warum hat der ich mich nicht passiert Dreck Sch verbündete Hellstorm Rakete unterwegs Doppelkülen fast eigentlich nicht vieles für eine Hellstorm scheißlauf gesetzt leck mich die sich probieren momentan immer noch so mit dem waffen die ich habe so eine beste zwei waffen rauszufinden sie hat doch ein wir liegen im Front abgeschossen ich probiere mich jetzt um ich werde gleich die Klasse machen hier ja aber auch aus dem Nordrhein aus was man steht ich mich im Sand auf so wie es sind wie hier um die Ecke und ich probiere es aber die Thema ist es so total spannend zu gestalten und keine Kompetenz der Erdauer der Schmerzmund aber auch 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 keiner da und er will sich sie kann gut geballert das ist so Schnitter Hatsgranate geworfen Pissen Hackman, ja, was ist das für ein Piss Stress hin Na klar, komm hier Ich hab ja nichts gesagt, weil ich nicht so der beste Spieler bin, ne Und ich glaube, ich hab ne Minuskarte, ich bin mir nicht sicher Aber die ist ja noch besser Äh Frauen dürfen wir jetzt sagen, aber sie Die können nicht so Oh, ich wurde befördert, ich hab einen goldenen Streifen Einen goldenen Teil vom Stringkang hab ich bekommen Ne, ein Teil vom Ein Teil vom goldenen Na, ne, Waffe wechseln soll Waffe wechseln ist immer besser als Nachlade Immer Dreck Mach doch einfach mal scheiße jetzt, der Nords Wenn das Ziel ist fast kaputt Nicht aufgeben Ich schluss lasse das Teil eigentlich, ey Jetzt mal ehrlich Das geht doch nicht Meine Fresse, ey, das ist so eine Scheiße, ey Da kannst du ja nicht mal einen Bananen mitfüttern Ja, ne, ein Affen mitfüttern Na, ne, mitfüttern Volltreffer Volltreffer Volldruck 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 So, scheiße Wir liegen in Front So Ja Rennst hier runter, um was zu gucken Sieg Heil BAM Gute Arbeit Nachbesprechung in der Basis Dreck Und Dreck Und Dreck ich bin Eitel auf jeden Fall Prozent die Klasse in der nächsten Partie mp mp7 dort aufsatzschaft packt dafür wieder entschuldigt die Scheiße so ein freier Taktik um packt dafür den Schalli die das ist ein Stadter drauf Leser Mark Prozent der Sack ihrer Taktik mit Leckes braucht 10 von 10 Prozent Tarnbearbeit die Welt haben wir die Verkauf Lululu ich probiere es mit der Klasse Prozent das ist klar Schilder Waffenstufe Waffenstufe 12 und steht hier auch nicht so das ist 13 12 ab mit er befördert Prozent heiter geht jeder Barkeit schädigt jetzt Hitschick nur Heidel gilt die die Jacket die Jacket okay einigen uns auf die Jacket ich bin noch kurz weg die Lucky Lucky für Teilen ich denke mal ich werde es das ganze wieder am Ende einer Runde schneiden ich muss gucken wie ich schneide auf jeden Fall hätte ich dann schon mal wieder für ein paar Tage aufgenommen also ich probiere jetzt mal hier die Klasse wieder aus legen los und macht den Gegner fertig ich will den Gegner nicht fertig machen das ist doch kein Ego-Shooter hier wo sich alle die Idioten mitnehmen wir gewinnen dies Loll Rofl Rofl XT Rofl Piederspumpen Lalla Herr Klaueke Städte die Städte er kommt mit dem Weg stehen Farkov auch Farkov er ist muss mich hier richtig hinsetzen er ist erledigt Ah, was habe ich... 0-2! So schlechter als... So schlechter als normalerweise nicht. Herr Franz, ihr geht in Affen mit Fidan. Ja, hi Leute. Ich wollte euch nur kurz sagen, ab dem Zeitpunkt jetzt gleich, da habe ich weitergespielt und das Bild blieb einfach stehen. Also wirklich, ich habe es auch stehen geblieben gesehen und ich habe weiter gelabert und habe gesagt, was ist jetzt los und sowas, ne? Und es hat einfach nicht geklappt. Das ist so eine Scheiße jetzt am Ende, es bleibt einfach stehen, ne? Wollte ich hier nur sagen. Das ist total kacke. Tschö.